Subta Jatara Garudasana ist die liegende Adlerstellung mit Kultivierung der Bauchmuskeln. Du liegst auf dem Rücken, du überkreuzt die Oberschenkel, du verschränkst die Unterschenkel, du verschränkst auch die Arme wie in Garudasana und hebst dabei Kopf und Brustkorb hoch und so spürst du, wie deine Bauchmuskeln arbeiten. Lächle dabei und genieße diese Kraft des liegenden Adlers.